Tut mir leid. Ehemaliger Schüler. Daniel hat seine Ausbildung bei mir vor Jahren abgeschlossen. Das muss schwierig sein. Was lässt euch denken, dass ich Wert auf euer Mitgefühl lege? Nichts. Ich kannte ihn ja nicht einmal, aber mir scheint, wir haben mit ihm einen guten Sucher verloren. Ich? Ihr habt recht. Er war ein guter Mann. Danke.